Ich männlich 15 beichte, dass ich und männlich 16 immer aus dem Fenster pissen, zweites Stoffwerk, weil sein Vater schläft und wir nicht wecken wollten. Ich hab damit auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, war auf jeden Fall ganz lustig. Ich männlich 14 beichte, dass ich offiziell gefrenzelt wurde. Du bist auf jeden Fall am Arsch. Ich weiblich 15 beichte, dass wenn mir langweilig ist, ich über Parkplätze gehe und dort auf Pärchen warte, die einkaufen gehen und ich dann einen Zettel unter die Scheibe klebe, worauf steht, ruf mich an, ich bin schwank. Killer Aktion auf jeden Fall. Also wenn man nichts anderes zu tun hat, kann man natürlich auch so seine Zeit verschwenden und das ein oder andere Pärchen hier auseinander bringen. Ich weiblich 16 beichte, dass ich was mit einem Rapper aus meiner Stadt hatte, der mit seinen Großen angibt, obwohl er einen richtig kleinen Wurm hat, war auch noch richtig schlecht. Melde dich doch einfach mal und schreib in die Kommentare, welcher Rapper das war. Dann wissen auch alle anderen Weiber Bescheid im Umkreis, mit wem sie nicht ins Bett gehen sollten. Wenn das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und folgt mir auf Instagram. Peace. Outro 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.